Der US-Geheimdienst NSA hat das Bundeskanzleramt nach Informationen von Wikileaks offenbar über Jahrzehnte abgehört. Das zeigen neue Dokumente, die NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegen. Betroffen waren demnach Kanzlerin Merkel sowie ihre Vorgänger Schröder und Kohl. Auf einer Liste sind 56 Telefonnummern der Bundesregierung verzeichnet, unter anderem von den Abteilungen für Außen- und Sicherheitspolitik. Die Bundesanwaltschaft prüft nun mögliche neue Ermittlungen wegen der NSA-Aktivitäten. John Götz vom Norddeutschen Rundfunk. Das Bundeskanzleramt wurde also offenbar weitreichender abgehört als bislang vermutet. Welcher Zeitraum ist da genau betroffen? Es geht um der Zeitraum. Es fängt in 1999 an. Man sieht Mitarbeiter von Hermit Kohl, die auf dieser Liste sind, die später nicht bei Schröder gearbeitet haben. Und da sind auch Mitarbeiter von Schröder und natürlich auch von Merkel. Also es geht vom 1999 bis in der Neuzeit. Welche Mitarbeiter des Kanzleramts wurden da denn abgehört? Sie haben die Liste von Wikileaks ja vorab einsehen können. Na ganz konkret natürlich, also die Kanzlerin. Also beeindruckend ist, wie, ja, was für ein klares Ziel die Kanzlerin war und ist vermutlich. Also man hat nicht nur ihre Handynummer, sondern mehrere Büronummern. Man hat auf der Liste die Telefonnummer von ihrer Assistentin, ihrer Faxnummer, als auch ihre Telefonnummer in der CDU-Parteizentrale. Und gab es in der Vergangenheit bereits mehrere NSE-Spielvorwürfe? Was ist das Neue heute? Ich glaube, das Neue ist, wie fleckendeckend diese Überwachung des Kanzleramts war. Wie konkret, dass es da um mehrere Abteilungen geht, dass es um mehrere Abteilungsleiter geht und auch diesen Zeitraum. Also man hat immer vermutet, ja klar, also Führung vom Kanzleramt wäre im Fokus von einer NSE-Überwachung. Aber es ist sehr, ja, erstaunlich zu sehen, wie fleckendeckend die Überwachung tatsächlich war. Wie sollte Deutschland denn jetzt reagieren? Na, es wird jetzt zu sehen sein, wie die Bundesregierung reagiert. Also letzte Woche wurde die US-Botschafter zu einem Gespräch eingeladen, hieß das da im Kanzleramt. Wir werden auch sehen, ob die Bundesanwaltschaft ermittelt. Weil interessant ist, dass das sind hier Festnetznummern. Man kann davon ausgehen, dass, oder manche Experten meinen, man kann davon ausgehen, dass denn die Überwachung hier auf deutsches Territorium stattfand. Also wie die Politik reagiert, werden wir in den nächsten Tagen sehen. Muss man, wenn man realistisch ist, sich verabschieden von der Idee einer Freundschaft von diesen beiden Ländern? Ich glaube, das Erstaunliche ist natürlich, dass so ein enger Verbundeter, so fleckendeckend die Führung hier in Deutschland, also vom Kanzleramt abhört. Aber die Frage nach, wie die Freundschaft weitergehen soll, das müssen Sie anderen fragen. Das werden wir tun. Danke, John Götz, nach Berlin. Danke, John Götz.